Hallo! Wir sind's wieder. Was wollt ihr denn schon wieder hier? Es geht um eure Wächter. Sie blockieren den Weg ins obere Stockwerk. Wir möchten, dass ihr ihnen die Anweisung gebt, uns durchzulassen. Der Zogel Warnfried hat angeordnet, dass keiner der Gäste Zugang zu seinen Gemächern oder Laboratorien haben darf. Könnt ihr nicht mal eine kleine Ausnahme machen? Das kann mich meinen Kopf kosten. Sagt mir erst, was ihr da oben anstellen wollt. Entschuldigung. Meine Freundin und ich, wir wollen Warnfried ans Leder kommen. Wir rücken mal mit der Wahrheit raus. Der Blutsauger hat lange genug das Umland terrorisiert. Wir wollen endlich einen Schlussstrich ziehen und ihn aus Duysterburg vertreiben. Seid ihr das wahnsinnsfette Beute? Dem Mordmann seiner Wacht und so etwas anzuvertrauen. Die gleiche Frage hätte ich mir gerade auch gestellt. Ihr seid entweder sehr gewitzt oder sehr dumm. Hört man Knurrge an. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es euch besonders Freude bereitet, hier euren Dienst zu verrichten. Ein Wolf strebt immer nach Freiheit. Wird er eingesperrt, verendet er über kurz oder lang. Also in eurem eigenen Interesse, schließt euch unsere Sache an. Wir versprechen, euch und eure Leute ziehen zu lassen, wohin es euch beliebt. Warum sollte ich einem Wurzsager wie euch glauben? Ich habe euch von denen den Leichennamen noch nie getraut. Weil wir keine Vampire sind. Strengt doch mal eure Nase an, Knurrge an. Ja, sag die Wahrheit. Wie konnte ich nur auf so eine billige Verkleidung hereinfallen? Gut, ich werde meinen Wachen anweisen, euch einen Zugang zu bewähren. Aber davor möchte ich eine Rückversicherung von euch. Raus mit der Sprache. Als Wahnfried mich und mein Rudel vor 15 Jahren in seinen Dienst gepresst hat, stahl er mir den Wolfsring. Ein mächtiges, magisches Artefakt. Nur durch ihn sind die Angehörigen meines Rudels in der Lage, menschliche Gestalt anzunehmen. Er ist für uns die einzige Möglichkeit, hin und wieder zu erleben, wie es war, bevor uns der Fluch der Lykantropie ereilt hat. All der Zorn und die Wildheit, die uns täglich in der Wolfsgestalt besehlen, fallen dann von uns ab. Ohne den Rängen sind wir für immer Ausgestoßene der Gesellschaft. Auf diese Weise konnte Wahnfried uns dazu bewegen, in seinen Dienst zu treten. Wo finde ich dieses Artefakt? Wahnfried hat das Hauptmann Xelram von der Fangzahngarde übergeben. Dieser wacht nun darüber. Ihr findet Xelram in den Unterkünften der Garde. Geht einfach den Weg zurück, den ihr gekommen seid. Vor der Treppe biegt ihr recht ab. Bei der nächsten Abzweigung folgt ihr dem Korridor nach Süden. Danach Westen und dann steht ihr eigentlich schon vor seiner Haustür. Aber hofft nicht, dass ihr die Blutsauger mit eurer Verkleidung narren könnt. Wir werden schon einen Weg finden, euch den Ring zu besorgen. Ihr könnt ja so lange mal den Brief an eure Wache vorbereiten. Falls man euch erwischt, hat dieses Gespräch nie stattgefunden. Was für ein Gespräch? Dann gehen wir mal den Ring beschaffen. Eigentlich wollte ich eine Aufnahmepause machen. Aber die kleine Quest, die mache ich jetzt noch fertig. Wo war denn das? Hier war, glaube ich, abgeschlossen, oder? Da wären wir. Grandy, ich hoffe, ihr seid euch darüber im Klaren, dass uns unsere Verkleidung dort drin nichts nützen wird. Warum nicht? Diese Kreatoren wittern unser warmes Blut auf wenige Meter Entfernung. Die fallen nicht auf unsere Mummschanze herein. Wir gehen ohne Verkleidung rein. Vielleicht können wir sie ja belabern. Ansonsten müssen wir es halt auf die gute alte Holzacker-Methode erledigen. Alles klar. Hallöchen! Wir sind's! Wer seid ihr? Was habt ihr hier zu suchen? Wir wollen den Hauptmann sehen. Hauptmann-Xelrahm hat sich zur Ruhe gelegt und wünscht nicht, gestört zu werden. Ist mir egal. Wenn der Hauptmann nicht zum Pfähler kommt, dann kommt der Pfähler eben zu ihm. Das hast du schön gesagt. So, auf geht's. Oh, ich hab kaum noch Astralpunkte. Platzierter Angriff. Komm, wir nehmen mal Flamme. Du nimmst jetzt ein... Elexia auf Libra. Dankwart macht man eben... Ein göttlicher Angriff. Wir machen mal Zeichen des Kreuzes. Jetzt will ich jetzt wissen, was das ist. Ah, Feuer blüht ja nicht so viel. Bäm, 803. Okay, das hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Aber ich wollte's wenigstens mal ausprobieren. Komm, wir bleiben beim Flammen. Ach so, der konnte's immer noch nicht. Hehe. Zack. Dann macht Dankwart eben wieder seinen Sternschauer. Der ist effektiver. Boah. Der platzierter Angriff, der ist wirklich effektiv. Muss ich mal so bestehen. Dass ich den Feuer nie geingesetzt hab, versteh ich nicht. Hm. Tarius blutet. Das ist aber gar nicht so schön. Nee, warte. Du machst mal... Eins. Tarius blutet. Komm, du nimmst mal eben Medizin. Und Dankwart... Hm. Stoßgebet. Feuer bringt da nicht so viel. Ich weiß auch nicht, warum. Bäm. Weg, isser. Nein, Tarius ist tot. Dafür sollst du sterben. Und dann mach ich hier noch was falsch, oder Grandy ist der Einzige, der hier wirklich Schaden austeilen kann. Zack. Wechseln sie. Ich feier die Animation, die ist echt cool gemacht. Wir haben den ganzen Reis an die alten Mumien verteilt. Uns bleibt keine Zeit, noch mehr davon zu suchen. Weiter, Grandy. Die Zeit drängt. Okay. Okay, was steht denn hier? Was steht denn hier? Anordnung. Aufgrund des immer noch anhaltenden Mangels an Frischblut werden die Blutrationen ab sofort nur noch wöchentlich ausgegeben. Sofort speichern. Da ist wohl Blut drin. Was ist denn hier? Oder da ja? Ich habe Schräge gehört. Was geht hier vor? Wir haben ein Problem. Ähm. Wir sollen Hauptmann Knurrgans Wolfring erbetteln, aber was müssen wir tun, um euch dazu bewegen, ihn uns zu überlassen? Versucht bewegen, ihn uns zu überlassen. Raus mit der Sprache. Was treibt euch hierher? Ihr habt die Schreie eurer Schergen gehört. Boah. Ihr habt die Schreie eurer Schergen gehört, Xelram. Als sie zur Hölle gefahren sind. Schill. Ich werde meine Fangzähne an euren Eingeweiden säubern. Oh, super. Der wird ein bisschen schwieriger, glaube ich. Tarius ist so gut wie tot. Wir machen einmal den platzierten Angriff. Libra holt mal eben Tarius zurück. Dieser setzt Himmel da Nacht ein und Dankwart macht... ...von Heilung. ...bomben. Sehr schön. Alles steigt, alles steigt. Oh, Xelram bei Strauss. Mist. Oh wei, oh wei. Wir versuchen mal eine normale Attacke. Libra. Oh, blitzeleicht. Tanz der Sonne. Oh, jetzt habe ich dich bei Dankwart quasi nicht verstanden. Naja. Oh, 194. Ja, das bringt ja wenig. Gut. Platzierter Angriff. Versuchen wir es nochmal. Blitz. Wie soll ganz funktionieren, ne? Tanz der Sonne. Held 50. Ah, hier. Tarius. Der kippt mir sonst aus dem Latsch. Oh, das war eben jetzt ein wirkliches. Ja, blitze nicht so ganz. Oh. Was? Dafür wirst du sterben. Okay, Libra kann hier gerade nicht so viel ausrichten. Wir brauchen... ...eine Riechsalz auf Dankwart. Hm. Äh. Ich trottel. Naja. Immerhin. Aha, das war ja nicht so viel. Äh. Platzierter Angriff. Libra macht... Muss mal heilen hier. Heieieieiei. Und zwar Dankwart. Tarius. Tanz der Sonne. Und Dankwart muss nochmal eben... Schutz vor Bösem. Ja, wir machen nochmal Schutz vor Bösem. Gott. Okay. 614. Alter Schwede, Grandy teilt ja echt gut aus. Ah. Ihr versteht euer Handwerk. Es ist Zeit, mich zu verabstehen. Eure Anwesenheit dürft ihr den Herzog brennend interessieren. Was? Schnee vielleicht? Ah, ist öffnig. Und... Hellige Melodie. Stoßgebet. Hm. Oh. War echt aus Mist. Mist. Schnee bringt auch nicht so viel. Begonnen. Jetzt ist es abgehauen. Shit. Lebt wohl, solange ihr noch könnt. Nein. Bleibst du wohl hier. Hm. Äh. Äh. Da ist er. Ich krieg dich. Du Federvieh. Oder auch nicht. Ich erledige das. Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm. Yeah. Erwischt. Hervorragende Arbeit, Libra. Das sollte uns etwas Zeit verschaffen. Trotzdem sollten wir nicht übermütigt werden. Zellram wird nicht lange brauchen, um sich von diesem Schlag zu erholen. Die Zeit drängt. Was ist das jetzt schon wieder? Glaubt mir, Grindy, euer Leben ist schöner, ohne dieses zu wissen. Na gut. Grindy, wir haben keine Zeit zu verlieren. Und Xelram wird Warnfried finden und von unserer Anwesenheit berichten. Ich muss euch hoffentlich nicht erklären, was das für unser Vorhaben bedeuten würde. Noch ein Vampirfürst. Ich glaube, ihr täuscht euch. Ich denke, das hier ist das Porträt eines berühmten Schauspielers. Christopherus Lee oder so. Ja, lass mich raten. Er hat bevorzugt Vampirräume übernommen. Gehen wir das nicht schon? Ich bin mir nicht sicher. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Ja, können wir schon. Wir gehen jetzt hier hin. Achso, wir müssen den Ring finden. Ah, ja, ja, ja. Ist ja gut. Ja. 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 Zumindest in der Vorstellung der Maler. Da ist der Ring. Wolfsring von Unschers. Ab geht's.